Walter Eucken ist der wichtigste Kopf der sogenannten Freiburger Schule und damit des deutschen Ordoliberalismus. Die Freiburger Schule der Ordoliberalismus, das ist die prägende Denkweise über Wirtschaftsordnungen im Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Walter Eucken ist damit wahrscheinlich der wichtigste und maßgeblichste Ökonom, der die deutsche Nachkriegswirtschaftsordnung geprägt hat. Walter Eucken hat im Freiburger Kreis bereits während der Nazi-Diktatur daran gearbeitet, wie eine Wirtschaftsordnung für das Nachkriegsdeutschland aussehen könnte und war dabei zu dem sicheren Entschluss gekommen, es könne weder eine unregulierte freie Marktwirtschaft, ein laissez-faire Kapitalismus sein, der die freien Marktkräfte völlig unreguliert und ungezügelt wirken lässt, noch eine zentrale Verwaltungswirtschaft, wie sie während der nationalsozialistischen Herrschaft angewandt wurde und wie sie dann natürlich in den sozialistischen Ländern entstand. Walter Eucken wollte einen dritten Weg irgendwo dazwischen und das nennen wir heute Ordoliberalismus. Ein Zitat Welcher Art also soll die Staatstätigkeit sein? Die Antwort lautet, der Staat hat die Formen, das institutionelle Rahmenwerk, die Ordnung, in der gewirtschaftet wird, zu beeinflussen und er hat Bedingungen zu setzen, unter denen sich eine funktionsfähige und menschenwürdige Wirtschaftsordnung entwickelt. Aber er hat nicht den Wirtschaftsprozess selbst zu führen. Aus diesem Zitat merken Sie, Walter Eucken entwickelt gleichzeitig eine bis heute maßgebliche Differenzierung zwischen Ordnungspolitik und Prozesspolitik. Ordnungspolitik ist es eben, das Rahmenwerk zu gestalten, die institutionellen Rahmen, die Ordnung, die Formen zu gestalten, unter denen das Wirtschaftsgeschehen abläuft. Das ist nach Walter Eucken Aufgabe eines starken Staates. Das ist ein bedeutender Eingriff, ein riesen Unterschied zum laissez-faire-Kapitalismus. Aber er soll nicht die Prozesse, die einzelnen wirtschaftlichen Aktivitäten steuern. Er soll nicht im konkreten realen Politikalltag in die Märkte steuernd eingreifen. Ordnungspolitik ja, Prozesspolitik nein, das ist holzschnittartig die Devise der Ordoliberalen. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Elemente an, die Walter Euckens Ordoliberale Wirtschaftsordnung prägen. Es gibt dabei ein in sich geschlossenes Konzept. Das wurde 1952 posthum in den Grundzügen der Wirtschaftspolitik veröffentlicht. Walter Eucken ist 1950 auf einer Reise nach London gestorben. 1952 haben seine Frau Edith Eucken und sein Assistent sozusagen als seinen Nachlass die Grundzüge der Wirtschaftspolitik herausgegeben. Und in diesem Buch sind sieben konstituierende und vier regulierende Prinzipien dargestellt. Und diese konstituierenden und regulierenden Prinzipien bilden das Gerüst von Walter Euckens Ordoliberaler Wirtschaftsordnung. Im Zentrum steht das funktionierende Preissystem. Ohne das geht es nicht. Das funktionierende Preissystem ist bei Walter Eucken synonym mit dem Funktionieren des Modells der vollkommenen Konkurrenz. Die Preise müssen frei sein und sie müssen das Wirtschaftsgeschehen lenken und sie müssen die Signale über die Knappheiten transportieren und sie dürfen nicht gestört werden. Sie dürfen nicht beeinflusst werden. Er formuliert ausdrücklich, dass das nicht nur bedeutet, der Staat solle keine Subventionen machen. Er solle keine Einfuhrverbote machen. Er solle keine Zölle auflegen. Er solle nicht durch Subventionen oder Besteuerung eingreifen. Er dürfe aber vor allen Dingen die gesamte Ordnung der vollkommenen Konkurrenz nicht stören. Er dürfe also nicht etwa durch irgendwelche Preiseingriffe zu Konzentrationstendenzen beitragen, die die Machtfülle einzelner Wirtschaftsakteure erhöhen. Das ist ein ganz grundlegendes Anliegen Eucken. Deshalb funktionieren das Preissystem als wichtigstes Grundprinzip und als erstes konstituierendes Prinzip. Zweitens kommt dann sofort das Primat der Währungspolitik, heißt das bei Eucken. Wir würden heute von Geldwertstabilität sprechen. Das Primat der Währungspolitik ist deshalb so wichtig, weil es die Preise verlässliche Signalgeber bleiben lässt. Walter Eucken sagt, es geht darum, dass wir einen Weg finden, die Währung stabil zu halten und nicht immer im Auf und Ab konjunkturpolitischer Bewegungen schwanken. Unabhängigkeit der Zentralbank war dann später eben eines der wichtigen Resultate aus dieser Forderung der Geldwertstabilität und auch die Verpflichtung der Zentralbank auf die Geldwertstabilität kommt aus diesem Denken Euckens. Zweitens das Prinzip der offenen Märkte. Walter Eucken betont, man kann auch in geschlossenen Märkten ein funktionierendes Preissystem haben, dann allerdings natürlich beschränkt eben auf den Bereich des bestehenden Marktes und es gibt zwei Probleme, die damit verbunden sind, weswegen er auch für die Öffnung aller Märkte eintritt. Das erste ist, geschlossene Märkte begünstigen die Absprache zwischen Anbietern oder Nachfragern, begünstigen also die Abkehr von dem Modell der vollkommenen Konkurrenz hin zu monopolistischen oder jedenfalls vermachteten Strukturen. Die ständige Bedrohung durch neue Marktakteure erschwert solche Tendenzen. Und zweitens, man kann innerhalb eines offenen Marktes ein funktionierendes Preissystem haben und das wird nicht wirklich dadurch gestört, dass ein anderer Markt geschlossen ist, aber für das Gesamtgerüst stimmt dann natürlich die Preisrelation nicht mehr. Das heißt, die Preise signalisieren nicht die vollständigen Knappheiten. Er sagt deshalb, offene Märkte außer in definierten und wohlbegründeten Ausnahmebereichen, das ist für ihn beispielsweise das Gebiet der Währungspolitik. Da sagt er, das muss eine Zentralbank machen. Da geht es nicht, dass das angreifbar ist. Viertens, Privateigentum. Privateigentum ist natürlich die Grundlage für das funktionierende Preissystem. Privateigentum ist sozusagen der Mechanismus, der den Eigentümer mit Anreizen versorgt, beim Preisaushandeln auch tatsächlich sozusagen aufzupassen und das rauszuholen, was rauszuholen ist. Privateigentum ist also die Grundlage sozusagen dafür, dass das System funktioniert. Privateigentum an Produktionsmitteln ist hier tatsächlich gemeint und Walter Eucken ist sich der Gefahr durchaus bewusst und er betont, dass das Privateigentum an Produktionsmitteln im Modell der vollkommenen Konkurrenz kein Problem ist, weil die Machtfülle, die daraus erwächst, dass einzelne private Akteure über Produktionsmittel verfügen, durch die Konkurrenz eingedämmt wird, eingehegt wird, nicht unendlich groß werden kann. Und er verweist gleichzeitig explizit darauf, dass wenn das nicht durchzuhalten ist, wenn nicht vollkommene Konkurrenz herrscht, sondern das Privateigentum bleibt bei vermachteten Märkten, dass dann diese Machtfülle, die damit verbunden ist, auch wieder reguliert werden muss, also keine vollständigen Privateigentumsrechte mehr möglich sind. Das hängt also miteinander zusammen. Aber im Modell der vollkommenen Konkurrenz sagt Eucken, Privateigentum ist der Hebel, der die Akteure zu verantwortlichem Handeln bringt. Damit eng zusammenhängt das konstituierende Prinzip der Vertragsfreiheit. Privateigentum wird unter anderem dadurch definiert, dass man mit seinem Eigentum Dinge entscheiden kann, frei ist, über das Eigentum zu entscheiden. Dazu gehört dann natürlich die Vertragsfreiheit. Hier gleichzeitig gemeint, keine Verfügung von oben über Allokationsmechanismen, keine Zwangsbewirtschaftung, keine Heranziehung knapper Ressourcen zu bestimmten Tätigkeiten, sondern der Privateigentümer ist frei, in Verhandlungen mit anderen zu treten und über sein Eigentum freie Verträge zu schließen. Auch hier gibt es eine Grenze, die Eucken betont. Vertragsfreiheit ist natürlich nicht in den Fällen zulässig, wo die Vertragsfreiheit dazu benutzt wird, die vollkommene Konkurrenz anzugreifen, also beispielsweise Kartellverträge zu schließen oder monopolistische Strukturen aufzubauen. Die Haftung. Heute als Schlagwort verbreitet die Einheit von Kompetenz und Haftung. Gemeint ist tatsächlich mit dem Schlagwort Haftung, dass die Wirtschaftsakteure für ihre Entscheidungen gerade stehen müssen. Damit verbindet Eucken zweierlei. Das erste ist, dass es die Akteure zur Vorsicht bringt. Wenn die Akteure nicht für ihre Entscheidungen haften mit ihrem Privateigentum, dann werden sie leichtsinnig und verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen, während wenn es ans Eingemachte geht, wenn sie unmittelbar voll in der Haftung stehen, dann neigen sie zu vorsichtigem Abwägen. Zweitens, die Haftung für falsche, für fehlerhafte für irrtümliche Entscheidungen ist gerade der Mechanismus der Konkurrenz, ist der Auswahlmechanismus im Wettbewerb. Schlechte Anbieter verschwinden vom Markt. Warum? Weil sie für ihre irrtümlichen Entscheidungen in Haftung genommen werden. Das ist der Mechanismus, wie sie aus dem Markt hinaus gedrängt werden. Und das ist gut so, um den Markt insgesamt zum vorteilhaften Handel zu bringen. Und schließlich drittens resultiert daraus für Eucken auch eine große Skepsis gegenüber Betriebsformen oder eigentumsrechtlichen Formen, wo der Entscheider nicht mehr die volle Haftung übernimmt. Eucken und die Freiburger Schule insgesamt waren sehr skeptisch gegenüber der GmbH beispielsweise, wo also der Akteur, der eigentliche Entscheider, obwohl er die volle Entscheidungshoheit und Macht hat, nur bedingt haftet. Das sind Entwicklungen, die für Eucken und Konsorten gefährlich sein können für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Und schließlich, zu guter Letzt, die Konstanz der Wirtschaftspolitik. Eucken weist darauf hin, dass die Wirtschaftspolitik, also die staatliche Rahmensetzung, eine Konstanz aufweisen muss, um dem wirtschaftlichen Planungsgeschehen der Individuen eine zeitliche Tiefe zu geben. Das kann man sich relativ leicht vorstellen. Wenn sie permanent Steuergesetzgebung oder andere Gesetzgebungen, Standardsetzungen und so weiter ändern, dann können Investoren eben nicht mit einer zeitlichen Tiefe vorgehen. Das heißt, sie können immer nur Entscheidungen über Investitionen für die nächsten Monate oder vielleicht wenige Jahre treffen, aber nicht mit einer langfristigen Perspektive. Das heißt, um Privateigentum und Vertragsfreiheit wirken zu lassen im Sinne einer mittel- oder langfristigen Perspektive, müssen die Wirtschaftssubjekte auf die Konstanz der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen hoffen können. Das sind die konstituierenden Prinzipien. Das sind die Prinzipien, die nach Walter Eucken ein Modell der vollkommenen Konkurrenz ermöglichen und aufrechterhalten. Das heißt, die müssen alle gleichzeitig beachtet werden. Dann hält er das System der vollkommenen Konkurrenz für durchführbar. Dazu kommen jetzt noch die regulierenden Prinzipien. Die regulierenden Prinzipien braucht das System, weil an der einen oder anderen Stelle auch bei Gültigkeit und Einhaltung der konstituierenden Prinzipien Probleme auftauchen können, die in Angriff genommen werden müssen. Da ist zum ersten die Monopolkontrolle. Walter Eucken glaubt, wenn die anderen konstituierenden Prinzipien wirksam umgesetzt sind, ergeben sich eigentlich gar keine großen Monopolschwierigkeiten. Es werden dann keine Vermachtungstendenzen größerer Art in normalen Märkten auftreten. So die Hoffnung. Das heißt, er hatte gar nicht so sehr eine Monopolkontrolle vor Augen, wie sie heute über das Kartellamt beispielsweise vollzogen wird, weil er dachte, das braucht es eigentlich gar nicht. Beispielsweise, wenn sie die volle Haftung haben, dann werden sie vorsichtig sein bei der Angliederung weiterer Unternehmensbestandteile, weil sie dann immer ihr eigentliches Unternehmen voll in Haftung bringen für das neu erworbene Unternehmen. Dadurch würden nicht so große Konglomerate entstehen, wie wir sie heute tatsächlich beobachten, weil wir alle möglichen Mechanismen der Haftungsbeschränkung haben. Wohl sieht er aber, dass es sogenannte unvermeidbare Monopole gibt. Wir sagen heute in der Literatur natürliche Monopole. Solche natürlichen Monopole entstehen auch bei Gültigkeit der konstituierenden Prinzipien und die bedürfen dann einer unabhängigen Monopolkontrolle. Auch interessant übrigens, Walter Eucken schreibt ausdrücklich, es müsse ein unabhängiges Amt sein, eine unabhängige Behörde. Es dürfe keinesfalls die Monopol- oder Wettbewerbskontrolle, würden wir heute sagen, Wettbewerbsaufsicht, Wettbewerbspolitik im Ministerium angesiedelt werden, weil sich im Ministerium die Akteure nicht den mächtigen Interessengruppen widersetzen könnten. Zweites regulierendes Prinzip, Einkommenspolitik. Walter Eucken glaubt zwar, dass sein System der konstituierenden Prinzipien zu einem Wohlstandszuwachs für alle führen wird und dass deshalb schlimme Not, materielle Not gar nicht mehr so sehr das Thema sein wird. Aber er sieht dennoch gleichzeitig, dass die Einkommen sehr unterschiedlich schnell wachsen werden, dass es sehr unterschiedliche Einkommenspositionen geben kann, die aus der originären Marktverteilung heraus resultieren. Und er sagt deshalb, dass eine Einkommenspolitik beispielsweise über ein Steuersystem, er schlägt auch schon konkret vor, ein progressives Steuersystem angezeigt sein könnte, weil es ansonsten dazu kommt, dass Luxusbedürfnisse bereits in der Wirtschaft befriedigt würden, dass sich also Unternehmer auf die Befriedigung von Luxusbedürfnissen stürzen, dass Ressourcen dorthin aluiziert werden, obwohl andererseits gleichzeitig andere Haushalte noch dringendere Bedürfnisse zu befriedigen hätten, also beispielsweise noch nicht genug Wohnraum da ist, noch nicht genug Nahrungsmittel, Medikamente etc. vorhanden sind. Dazu erhält er eine Einkommenspolitik für denkbar oder hilfreich. Dann hat er die Korrektur externer Effekte bereits vorhergesehen. Das heißt, in seiner Schrift, in seinem Buch heißt es Korrektur der Wirtschaftsrechnung, aber aus den Ausführungen wird klar, es geht um Externalitäten, es geht um externe Effekte. Er spricht beispielsweise ausdrücklich von dem Beispiel der amerikanischen Wälder, die vom Verschwinden bedroht seien etc. Das heißt, er sieht, ja, Externalitätenprobleme werden in einem Modell der vollkommenen Konkurrenz nicht automatisch hinreichend berücksichtigt. Hier besteht eventuell Bedarf an Staatseingriffen. Und zu guter Letzt gibt es die Korrektur von Angebotsanomalien. Er glaubt zwar, dass es dazu auch in seinem System kaum noch kommen wird, aber die Korrektur von Angebotsanomalien und das ausdrücklich insbesondere auf dem Arbeitsmarkt. Das bedeutet auch so etwas ähnliches wie eine notwendige Einkommenspolitik. Wir würden in unserer heutigen Welt sagen, durch ein Mindestsicherungssystem, ein bedingungsloses Mindestsicherungssystem, wie es mit dem Arbeitslosengeld II oder dem Sozialgeld besteht, verhindert solche Angebotsanomalien. Aber das ist damals in der Literatur wild diskutiert, vor der Erfahrung der industriellen Revolution und der Verarmung großer Massen von Proletariern. Angebotsanomalien meint, man kann, wenn man im existenziellen Dasein gefährdet ist, noch gedrückt werden im Lohn, weil einem nichts anderes übrig bleibt, als auf einen niedrigeren Lohn mit dem Angebot von mehr Arbeitszeit zu reagieren, damit das schiere Überleben, das eigene oder das der Familie gesichert werden kann. Das ist eine Angebotsanomalie, weil normalerweise gehen wir davon aus, dass mehr angeboten wird bei höherem Lohn oder höherem Preis. Hier wäre der Fall, niedrigerer Lohn sorgt für größeres Arbeitsangebot. Eucken sieht hier, dass eine staatliche Aufgabe darin bestehen kann, solche Angebotsanomalien zu beobachten und eventuell einzugreifen. Er glaubt, dass das in einem Modell vollkommener Konkurrenz relativ selten vorkommen wird, weil in der Konkurrenz der Unternehmer sozusagen es schwierig ist, die Lohndrückerei kartellmäßig zu betreiben. Man würde sich also gegenseitig überbieten und gleichzeitig in der Vertragsfreiheit und der Mobilität natürlich die Leute auch in der Lage sind, ihren Job zu wechseln oder die Region zu wechseln, also zu anderen Arbeitgebern zu wechseln. Das Ganze, diese sieben regulierenden, konstituierenden und die vier regulierenden Prinzipien zusammen, müssen als Einheit betrachtet werden. Sie gehören alle zusammen, das betont er in seinem Buch immer und immer wieder. Sie bedingen einander, sie sind komplementär zueinander. Hierfür gibt es das Schlagwort der Interdependenz der Ordnungen. Und das ist allerdings auch nochmal zwei geteilt. Das heißt, es gibt zwei Bedeutungen. Das erste ist, alle Prinzipien, die konstituierenden und die regulierenden gehören zusammen. Sie ergänzen einander, sie sind komplementär, sie sind teilweise Bedingungen für das Funktionieren der anderen. Und zweitens, Walter Eucken hatte schon vor dem Krieg klar gesehen, dass es eine Interdependenz der Ordnungen zwischen Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung gibt, hatte das auch schriftlich formuliert. Das heißt, jetzt übertragen insbesondere eben auf die Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung, die Wettbewerbswirtschaft braucht einen freiheitlichen Rechtsstaat. Denken Sie an Vertragsfreiheit und Haftung und solche Dinge. Das muss über eine rechtsstaatliche Institution gesichert werden. Die Zentralverwaltungswirtschaft eine Diktatur, weil die Zentralverwaltungswirtschaft mit ihrer zentralen Planung der Allokation und der Preise natürlich auch das durchsetzen muss. Das heißt, die Interdependenz der Ordnung, das da schwingt mit, die Wirtschaftsverfassung kann nicht unabhängig von der Gesellschaftsverfassung, von der politischen Verfassung festgelegt werden und eventuell auch umgekehrt. Tschüss!